Servus Pyros und herzlich Willkommen zu einem neuen weiteren Video. Heute für euch im Test die Bombenstimmung von Niko Feuerwerk. Ob mit diesem Effekt dann auch wirklich Bombenstimmung herrscht, das wird sich zeigen. Enthalten sind hier auf jeden Fall drei Lautangabe Premium-Effekte. Drei Bombenrohre, Steighöhe, circa 50 Meter. Wir haben hier bei diesem Artikel eine Netto-Explosiv-Masse von 59 Gramm. Bruttogewicht wäre hier für denjenigen, der es interessiert, 430 Gramm. Also wiegt schon ein bisschen was, muss man sagen. Und wir haben hier einmal Stroopvillow, Red Dahlia und Silver Chrysanthemum. Das sind die drei Effekte. NEM liegt bei dem Stroopvillow bei 20 Gramm, bei der Red Dahlia bei 21 Gramm und bei Silver Chrysanthemum bei 19 Gramm. Ja, von der Größe her sind sie eigentlich doch auch recht groß. Auch hier unten eben mit so einem Erdspieß dran. Ich bin sehr, sehr gespannt und hätte gesagt, wir reden gar nicht groß drum herum. Gehen nach außen und testen jetzt die Bombenstimmung von Niko Feuerwerk. Ich wünsche euch recht herzlich viel Spaß. Bombenstimmung, wir fangen an mit Red Dahlia. Als nächstes Silber Chrysanthemum. Und als letztes dann noch Stroopvillow. Stroopvillow. Sehr schöne Bombenrohre. Sehr süß. Untertitelung des ZDF, 2020